Wie auch Transparenzen sind Spiegelungen im Webdesign ein sehr beliebtes Gestaltungsmerkmal und ich möchte Ihnen hier einmal zeigen, wie Sie Spiegelungen sehr schnell erstellen können und vor allem wie Sie Fehler in Ihren Spiegelungen vermeiden. Ich fange einmal an, ich schreibe einen Beispieltext so und ich vergrößere das Ganze einmal so, dass man auch was erkennen kann. Okay, in etwa so. Was ich Ihnen jetzt zeigen möchte ist der sogenannte Wetfloor-Effekt und beim Wetfloor-Effekt hat man das Gefühl, ein Objekt würde direkt auf dem Boden stehen, der Boden wäre nass und das Objekt spiegelt sich im Untergrund. Aus diesem Grund heißt dieser Effekt Wetfloor und alles was Sie machen müssen ist, Sie kopieren zunächst das Objekt und anschließend gehen Sie auf Bearbeiten, Transformieren, Vertikal spiegeln und verschieben diese Spiegelung nach unten. Ich nenne das jetzt hier mal Spiegelung. So und Sie sollten immer darauf achten, dass die Spiegelung sich unter dem Objekt befindet und was man jetzt machen kann, um das Ganze noch ein bisschen zu verfeinern, man geht hier mit der Deckkraft hin und passt die Deckkraft ein wenig an. Je höher die Deckkraft ist, desto stärker glänzt der Boden, desto stärker ist die Spiegelung und ich reduziere das jetzt einfach mal hier so auf diesen Bereich und man kann jetzt hier noch mit einer Maske arbeiten, um die Spiegelung ein wenig abzudämpfen, je weiter sie sich vom Objekt entfernt. Und dafür erstelle ich hier erst einmal eine Maske und ich wähle mein Verlaufswerkzeug. Ich achte darauf, dass ich einen Verlauf von weiß nach schwarz eingestellt habe und dass ich vor allem einen linearen Verlauf wähle und jetzt gehe ich hier hin und ziehe diesen Verlauf entsprechend auf. So habe ich meine Spiegelung erstellt, das ist der Wetfloor-Effekt und ich kann das Ganze noch ein bisschen verfeinern, indem ich zum Beispiel diese Spiegelung zunächst raster. Ich mache jetzt hier einen Rechtsklick und sage, ich möchte den Text rastern und ich möchte jetzt anschließend gerne, dass das Ganze noch ein bisschen weich gezeichnet wird und hier könnte ich jetzt natürlich hingehen und mit dem Gauschen Weichzeichner arbeiten. Das ist aber hier nicht das Mittel unserer Wahl und zwar ist die Weichzeichnung direkt am Objekt weniger stark, als wenn sie sich hier unten befindet und aus diesem Grund sollte ich hier eher das Weichzeichnerwerkzeug wählen. Und ich kann hier oben Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel die Stärke und ich erhöhe jetzt hier mal die Pinselspitze und mache das Ganze manuell. Ich passe natürlich auf, dass ich nicht in der Maske arbeite, sondern auf der Ebene und ich kann jetzt hier hingehen und das Ganze hier unten ein wenig weichzeichnen und ich achte darauf, dass ich das eben nur im unteren Bereich mache und direkt an der Kante, wo das Objekt auf die Spiegelung trifft, da möchte ich eben keine Weichzeichnung erstellen. So, gefällt mir das eigentlich sehr gut. Ja, und das ist alles, was ich brauche, um sehr schnell einen sogenannten Wetflow-Effekt umzusetzen. Obwohl gerade der Wetflow-Effekt so einfach ist, schleichen sich hier sehr häufig Fehler ein und ich möchte Ihnen gerne noch einmal zeigen, wo Sie darauf achten sollen, damit das eben bei Ihnen nicht passiert. Und ich erstelle mir ein zweites Dokument und ich fange erneut mit einem Text an. So, ich vergrößere auch diesen Text einmal so, dass man was erkennen kann und vielleicht fällt es Ihnen schon auf. Ich habe jetzt hier auch Kleinbuchstaben verwendet und bei dem Wort Beispiel habe ich das Problem, dass das P eine Unterlänge hat. Wenn ich jetzt genauso vorgehe, wie wir das gerade schon uns angeschaut haben, das heißt, ich erstelle eine Kopie, ich spiegele das Ganze vertikal und ich verschiebe es nach unten. Ich nenne es auch hier einmal Spiegelung. So, und ich verschiebe es natürlich auch unter mein Objekt. Dann merke ich plötzlich, dass ich hier keine wirkliche Kante habe, wo mein Objekt auf dem Boden steht. Das heißt, wenn ich mir das hier anschaue, dann sitzt das Objekt auf dem Boden auf und hier habe ich ein Problem und zwar, wenn ich das Ganze nach oben schiebe, dann stößt plötzlich hier das P aneinander, das heißt, wenn ich dieses Wort wirklich nehmen würde und auf einen Boden stellen würde, dann würde es eigentlich auf dem P stehen und der Rest würde schweben. Hier habe ich jetzt als Designer ein Problem und zwar muss ich das entweder eben auf das P stellen, das wäre eigentlich die gute Variante, das heißt die realistische Methode. Das sieht aber halt nicht so schön aus. Häufig sieht man quasi eine Notlösung und die sieht dann in etwa so aus, das heißt, es wird eben die Grundlinie des Textes genommen und dieser Fehler, der hier entsteht, wird in Kauf genommen. Das sieht man sehr häufig. Ich bin der Meinung, dass Sie solche Fehler unbedingt vermeiden sollten, das heißt, Sie sollten sich von vornherein überlegen, ob ein Redflow-Effekt für den Text, den Sie zur Verfügung haben, überhaupt möglich ist. Auch bei Objekten kann natürlich ein ähnliches Problem auftreten und wenn Sie zum Beispiel Text haben mit Unterlängen, dann sollten Sie sich überlegen, ob Sie diesen Text eben ohne Unterlängen herstellen können und wenn das nicht geht, dann sollten Sie auf den Redflow-Effekt verzichten oder das Objekt alternativ schweben lassen. Ich möchte noch einmal zeigen, wie man das schweben lässt und hierfür erhöht man einfach den Abstand zwischen Spiegelung und gespiegeltem Objekt und ich gehe auch hier wieder einmal ein bisschen höher und ich erstelle erneut eine Maske und ich reduziere das Ganze und ich passe jetzt auf, dass es hier vielleicht schon ein bisschen früher anfängt, also in etwa so und ich möchte Ihnen noch eine zweite Version zeigen, wie wir eben hier diesen Weichzeichner anwenden können. Jetzt eben habe ich den Text zunächst gerastert und dann manuell weich gezeichnet. Es geht natürlich auch mit einem Filter, auch diese Variante möchte ich einmal zeigen und zwar konvertiere ich das Ganze zunächst in ein Smart Object, anschließend gehe ich in die Weichzeichnungsfilter und sage Gausscher Weichzeichner. Ich wähle hier zunächst den Grad der Weichzeichnung, OK und jetzt habe ich eben hier die Maske und auf dieser Maske kann ich wie gewohnt arbeiten und da ich den Verlauf ja gerade schon eingestellt habe, muss ich mir das Ganze jetzt nur noch einmal neu aufziehen und ich sollte es natürlich auch richtig rum machen, also vielleicht so rum. Jetzt habe ich genau diesen Effekt, das heißt je näher die Spiegelung am Objekt ist, desto schärfer wird sie und das Ganze kann ich jetzt natürlich anpassen, indem ich hier die Maske verschiebe oder indem ich natürlich hier diesen Weichzeichner noch entsprechend anpasse. Ich möchte gerne noch zu einem dritten Beispiel kommen und Ihnen zeigen, wo es bei Spiegelungen häufig zu Problemen kommt. Ich erstelle erneut eine neue Datei und was ich als erstes mache, ich öffne mir ein Objekt, was ich zuvor erstellt habe und zwar hier diesen Zylinder. Ich habe jetzt hier eine neue Datei, das heißt ich ziehe mir das per Drag & Drop hier oben auf diesen Tab und kann das jetzt hier in meinem Dokument platzieren. Ich kann diese Datei jetzt wieder schließen. Wenn ich diesen Zylinder spiegeln möchte, kann ich nicht so vorgehen, wie ich das gerade getan habe und zwar, ich gehe noch einmal in die anderen beiden Beispiele, handelt es sich bei beiden Beispielen um ein zweidimensionales Objekt, was ich an einer Kante spiegeln kann. Das funktioniert jetzt hier nicht und ich möchte einmal zeigen, was für ein Effekt entsteht, wenn ich das eben trotzdem versuche. Ich schiebe das Ganze mal hier ein Stückchen höher und ich gehe genauso vor, wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Das heißt, ich erstelle zunächst eine Kopie, so, ich transformiere das, indem ich es vertikal spiegle und ich verschiebe es hinter mein Objekt und jetzt werde ich es nach unten schieben und dann merke ich gleich schon, wo das Problem ist und zwar passt das hier von der Perspektive überhaupt nicht mehr zusammen und zwar, weil das ganze Objekt eben dreidimensional ist und sich nach hinten ein wenig verjungt. Auch diesen Effekt, das heißt, ich reduziere jetzt hier die Deckkraft, sieht man sehr, sehr häufig. Ein solcher Fehler taucht auch in großen Werbekampagnen auf und das müssen Sie natürlich unbedingt vermeiden. Das heißt, sobald Sie ein dreidimensionales Objekt haben, müssen Sie damit rechnen, dass es etwas aufwendiger wird, das Ganze zu spiegeln. Bei einem so simplen geometrischen Objekt wie einem Zylinder kann ich das noch spiegeln, indem ich es zum Beispiel einfach dahinter schiebe. Jetzt habe ich hier eine Spiegelung, die korrekt wäre. Wenn ich das Ganze schweben lassen möchte, das heißt so zum Beispiel, dann muss ich mir bewusst sein, dass ich ja an dieser Stelle eigentlich das untere Ende des Zylinders sehen müsste. Das heißt, ich müsste jetzt hier hingehen, mir einmal eine Auswahl erstellen und diese Spiegelung an der Stelle manuell anpassen. Das heißt, ich müsste jetzt hier quasi den Boden einzeichnen in diese Spiegelung und das könnte ich zum Beispiel machen, indem ich das Ganze jetzt hier schwarz einfärbe. So wäre es wieder realistisch, das heißt, ich habe hier ein schwebendes Objekt, ich sehe hier in der Spiegelung etwas, was ich in meinem Ausgangsbild nicht sehe. Und genau das ist das Problem, das heißt, wenn Sie mit komplexen Objekten arbeiten, beispielsweise wenn Sie ein Auto spiegeln möchten, dann haben Sie das Problem, dass Sie etwas hinzu erfinden müssen, was im Ausgangsbild eben nicht vorhanden ist und hier wird es entweder sehr komplex, das heißt zeitaufwendig oder Sie erzeugen eine falsche Spiegelung oder im Normalfall, Sie sollten dann eben auf diese Spiegelung verzichten, wenn es zu aufwendig ist, sie eben von Hand nachträglich in Photoshop umzusetzen.